Beim Kompromiss duldig kein Kompromiss, denn das ist ja eine Übereinkunft, bei der beide Seiten auf Teile ihrer Forderungen verzichten. Vor fünf Jahren erklärte die deutsche Kanzlerin das Dublin-System für gescheitert und schlug so einen heiklen Kompromiss vor. Ein faires Verteilsystem und Rückführung. Vorige Woche hat sich die EU geeinigt auf Rückführung, Lager an den Außengrenzen, Abschaffung des individuellen Asylrechts, Selbstinternierung von Kindern. In der einen Waagschale, dafür in der anderen nichts. Kein Verteilsystem. Länder wie Ungarn und Polen, die keine Vertriebenen aufnehmen wollen, sollen stattdessen Ausgleichszahlungen leisten. 20.000 Euro für jeden nicht geretteten Menschen. Und diesen Ablasshandel lehnen insgesamt fünf EU-Staaten auch noch ab und wollen ihn auch noch wegverhandeln. Wie sehr uns dieses Thema, dieser Kompromiss zerreißt. Nein, kein Kompromiss. Nein, kein Kompromiss.